Hey, hey, hey Leute, alles cool bei euch. Heute möchte ich mal ein bisschen Video wieder machen über Gott und die Welt. Ich war ja letztens im Kino, das ist ein komischer großer Teil, wo alle hingehen, wo man richtig viel Geld zahlt, man eh nichts sieht und allen der Film wahrscheinlich am Ende auch nicht mehr gefällt. Auf jeden Fall, ich war im Kino seit langem mal wieder und ich habe mir den neuen Star Wars angeschaut, die Force Awakening, Force, das Erwachen der Macht, keine Ahnung, voller Schmarrn, habe ich mir auch gedacht, aber ich bin reingegangen als großer Star Wars Fan, wollte ich natürlich den neuen großen Teil sehen, der seit Ewigkeiten jetzt endlich erschienen ist im Kino. Also mit großen Erwartungen bin ich reingegangen, mir ist einfach aufgefallen, weil es ist für einen Star Wars Fan der größte Bullshit ist. Also angefangen von den kindischen Situationen bis zu den nicht vorhandenen Kampfszenen. Pussy, der ganze Film, Pussy, tut mir leid, sorry. Was hat Disney daraus gemacht? Die ganze Reihe wurde von Disney vergewaltigt, Alter. Was kann doch nicht möglich sein? Was ist denn aus Star Wars geworden? Wo ist denn da Star Wars geblieben? Meines Erachtens war es einfach eine Fortsetzung von die blaue Weihnacht, Disney Teil 3. Was ist das? Richtige Scheiße heute, Mann. Am Anfang fand ich ihn recht cool. Gut, es sind schon geile Special Effects drin, aber da fehlt mir einfach die Dramatik. Wo ist die Handlung, die zu den alten Star Wars Teilen passt? Wo ist diese dramatische Fortsetzung? Also, da wurde ja wirklich nur heiße Luft umhergewirbelt und sonst nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht. Ich denke, viele sehen das genauso wie ich. Wahrscheinlich alle, die schon die alten Teile gesehen haben. Und diejenigen, die halt das erste Mal ein Star Wars gesehen haben, die haben halt auch keine Referenzmeinung. Also, ich finde das ein bisschen scheiße, wie sie den Film so dann am Schluss gezeigt haben, nach all den Jahren. Boah, schon 10 vor 12. Ja, ist richtig malig. Ja, gibt es eigentlich auch gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich bin richtig enttäuscht, da Disney gesagt hat, dass sie weitere Teile noch rausbringen wollen. Also, unter der Leitung von Disney habe ich eigentlich keine große Lust, da noch reinzugehen. Wie ihr das seht, wollt ihr reingehen? Habt ihr Bock auf sowas? Boah, ich eher nicht so. Ah, jetzt juckt es aber auch hier schon wieder. Muss ich mich wahrscheinlich wieder duschen. Na gut, dann war es das eigentlich auch schon. Ich habe mich gefreut, meine Meinung kund zu tun. Ich hoffe, ich konnte was bewirken. Vergesst nicht... Ähm... Ja... Kuckkuck Kuckkuck